80-Jährige schlendert so durch St. Pauli und er ruft so ein Prostituierter, Hey Opa, willst du nicht noch mal probieren? Dann sagt er, du Mädchen, es geht nicht. Dann sagt sie, ach komm, komm, ich kenne ein paar Tricks, komm, auf komm mal rein. Der geht mit der Reihe und fünfmal hintereinander ohne rausziehen. Der geht ab wie ein junger Hund und sie nach dem fünften Mal, Hey Opa, was soll denn das? Du hast gesagt, es geht nicht mehr. Dann hat er gesagt, ja, Bumse geht, aber es zahlen geht nicht bei meiner kleinen Rente. Bumse geht. Bumse geht. Bumse geht.